Hallo ihr Lieben! Ja, ich habe gedacht, ich drehe heute wieder mal ein paar Videos an Schwung vor, weil ich heute frei habe. Und dachte, dies mache ich jetzt meine Tops und Flops des Monats. Und wie es fast jeden Monat der Fall ist, sind meine Flops weniger als meine Tops. Und ja, damit werde ich jetzt am besten gleich mal beginnen. Weiterhin, also es werden jetzt auch Sachen dabei sein, die ihr schon jeden Monat oder im April, wo ich das einmal gemacht habe, halt eben schon gesehen habt. Aber ich habe gedacht, die nehme ich, erwähne ich dann ganz kurz. Und die Sachen praktisch, die neu hinzugekommen sind, die werde ich dann danach benennen. So, also weiterhin ein Flop ist dieses Rexona Clear Aqua For Women. Ja, genau. Und ihr wisst ja, ich mag dieses nässliche Gefühl unter den Achseln nicht und es ist nicht so meins. Und ich bin froh, wenn es leer geht. Es ist jetzt, glaube ich, noch so viel voll. Ich benutze es recht jeden Tag fleißig mehrmals, damit ich es einfach mal wegschmeißen kann, weil ich es einfach hasse wie die Pest. Ja, so. Und dann greife ich wieder auf meine Sticks über, die einfach viel, viel intensiver halten und besser sind. So, ein weiterer Flop dieses Monats, wahrscheinlich auch in meinem Urlaub schon gewesen, ist dieser Isana Hand- und Nagelballen mit Aloe Vera, wo ich die Probepackung gekauft habe. Und er ist nicht aufgrund deshalb ein Fehlgriff, weil er irgendwie nicht pflegt oder so. Aber ich finde schon, die Handcreme zieht recht schnell weg, was jetzt nicht irgendwie nachteilig ist. Der Nachteil hier an der Sache ist der Geruch. Ich kann den Geruch einfach nicht ab. Das riecht irgendwie so verfault gurkenmäßig. Ich weiß es nicht. Es kann dieses Aloe Vera sein und dass ich Aloe Vera gar nicht so dolle mag. Jedenfalls riecht es für mich, ja, ich mag den Geruch einfach nicht so. Also es ist irgendwie, ja, nicht so meins. Ich weiß nicht warum. Aber deswegen ist es leider, weil ich den Geruch nicht so mag, für mich ein Flop. Obwohl, es ist ja zum Glück nur eine Probengröße und ich werde das wahrscheinlich meiner Oma geben oder so, keine Ahnung. Oder es noch fleißig weiter gebraucht, obwohl der Geruch halt eben echt extrem ist. Aber er verfliegt auch recht schnell. Also dann wird es wieder etwas angenehmer. Ja. Und wahrscheinlich, darüber scheiden sich jetzt die Geister, der Flop des Monats für mich ist definitiv diese Urock Eyeshadow Base, die ja so verglichen wurde mit irgendwie die K-Primer Portion und was weiß ich nicht allen noch. Und es mag vielleicht sein, dass sie für den kleinen Geldbeutel recht angenehm ist. Aber ganz ehrlich, wenn man als junges Mädchen im Monat, sagen wir mal, 10 Euro Taschengeld hat, dann kann man sich entweder die Art Deko holen oder wenn man es günstiger haben möchte, die Manhattan, die noch um einiges besser ist als diese Base hier. Ja. Mal abgesehen davon, dass hier nur 2,1 Milliliter drin sind und ich sage es mal einfach so. Ich habe ja auch viele junge Zuschauerinnen und es kommt immer darauf an, was jeder von seinem Augen-Make-up verlangt. Also ich verlange von meinem Augen-Make-up, dass ich nicht den lieben langen Tag ab und an mal nachschminken muss oder so. Wenn ich das morgens auftrage, möchte ich, dass ich, wenn ich abends nach Hause komme, sagen wir mal, oder nachmittags oder so, oder nach der Schule, gehen wir jetzt mal davon aus, 6 oder 8 Stunden Schule, ne, dass das Augen-Make-up noch da ist und dass ich noch irgendwie geschminkt aussehe. Weil sonst brauche ich es mir morgen erst gar nicht drauf machen. So. Und ganz ehrlich, ich würde sogar so weit gehen, dass diese Eyeshadow-Base ungefähr einen besseren Effekt man sogar erzielt, wenn man überhaupt gar keinen Primer trägt. Da habe ich mehr Farbe aufs Lied gekriegt, als wenn ich keinen Primer trage, als diese Base. Nach 4 Stunden verwischen die Farben so langsam ineinander und man erkennt überhaupt gar nicht mehr, was man für Farben überhaupt aufgetragen hat. Nach 8 Stunden ist kein Fallort da, aber ich habe dann hier oben schon so leicht so Punkte, schwarze Flecken, Stellen von dem Liedschatten, wo es gecreased ist, wo es gar nicht mehr an der Stelle sitzt, wo es sitzt. Also man kann sich das Geld hier, diese, ich weiß gar nicht, was es waren, 2 Euro noch was oder so, man kann es sich wirklich sparen. Es ist nicht wirklich viel drin, es hält nicht unheimlich lange und Rock am Ring überlebt es auf keinen Fall. Also ich weiß nicht, wer sich das, äh, nein, wer gesagt hat, dass diese Base gut ist. Ich meine, ich habe ja die vielen Leute gesehen, die sie ständig teilweise aufgekauft haben und sich 3, 4 von dieser Base gekauft haben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe wirklich alles mit dieser Base versucht, ja. Ich habe versucht, Lidschatten nass aufzutragen. Ich habe versucht, sie mit den Lidschatten der Lidschattenpalette von Essence zu verwenden, die dafür geeignet gewesen sind. Ich habe, damit ging es so teilweise, weil es wahrscheinlich dafür auch konzipiert ist. Aber mit anderen Lidschatten, die sonst bei mir bombepigmentiert sind, wie Catrice, ja, Art Deco oder was weiß ich was. Ich habe keine Farbe auf das Lid gekriegt. Das ist einfach Fakt. Deswegen war mein letzter Look auch so dezent, weil ich einfach 10.000-fach schichten musste, damit man einfach überhaupt von der Farbe an sich irgendetwas sieht. Und ganz ehrlich, morgens, darauf habe ich keine Lust. Nein. Da möchte ich das Ergebnis sofort haben. Und, ähm, aber so für die jungen Mädchen unter euch, da würde ich euch eher zu der Manhattan Eyeshadow Base raten. Die ist halb so teuer wie die von Art Deco. Ähm, bringt die Lidschatten etwas dezenter raus. Und für die dezenteren Alltagslooks habe ich die auch 2, 3 Jahre verwendet. Eins ist der Nachteil, sie soll angeblich schnell austrocknen. Okay, meine funktioniert immer noch. Das müsst ihr mal ausprobieren. Oder für noch etwas günstiger soll auch die Rivalde Loup Young Eyeshadow Base sein. Die soll ja fast so gut sein wie die von Art Deco. Nur, dass die von Art Deco natürlich noch farbintensivere Ergebnisse rausbringt. Das müsst ihr alles für euch selber entscheiden. Aber die würde ich euch keinen Fall ans Herz legen. Glaubt mir, ihr werdet damit wirklich nicht glücklich werden. Also, wenn ihr ein bisschen darauf Wert legt, dass es den ganzen Tag hält und dass ihr am Ende nicht ausseht, irgendwie verwaschen oder so, dann werdet ihr damit nicht glücklich werden. Das ist einfach so. Gut, genug des Gemeckeres. Kommen wir jetzt mal langsam zu meinen Tops. Das sind eindeutig mehr diesen Monat gewesen. Ich sage jetzt mal, Tops, die so geblieben sind, ist eindeutig mein Chanel Puder. Ist klar. Das wird auch immer mein Top bleiben. Da will ich jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil es gibt günstigere Alternativen, die auch gut sind. Und deswegen, das ist jetzt nur für jemanden, der es unbedingt möchte. Weiteres Top diesen Monat, die Make-up Wattepads. Das sind für mich, wie gesagt, die besten. Eine mit so einer normalen Seite und eine mit so einer geriffelten Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die ziehen den Schmutz gleichzeitig runter und das finde ich echt gut. Und die machen ihren Job. Sind zwar etwas teurer. Ich kaufe mir die immer, wenn sie im Angebot sind bei Rossmann und im Dreierpack. Aber sie sind einfach top. Genauso top sind diese Abschminktücher von B.B. Young Care. Die blauen. Die weißen bringen bei mir gar nichts. Und die grünen brennen bei mir in Augen. Nur die blauen sind gut. Der Geruch ist ein bisschen nachteilig. Und dieser leichte Film, den man dann auf der Haut hat. Aber da ich danach sowieso nochmal nachreinige, stört mich das nicht so aus. Aber es sind für mich einfach die Besten. Das Make-up geht schnell runter. Ja. So sehen die Bieten immer aus. Ja, ich glaube Freakness Girl hat die gestern auch schon abends noch in die Kamera gehalten, die ich im Video geguckt habe. Top diesen Monat ist auch duschen. Nein, nicht duschen einmal im Monat, sondern duschen extrem. Weil diesen Monat ist so warm geworden. Dusche ich mich jetzt nicht pro Tag nur noch einmal, sondern schon mittlerweile zweimal. Das heißt Duschgels werden bei mir alle. Das ist ein positiver Effekt. Ihr wisst, ich habe Duschgelkaufverbot, weil ich einfach so viel davon rumstehen habe. Ja, und ich hoffe, dass ich es diesen Monat noch hinkriege. Top diesen Monat auf jeden Fall. Das Isana Creme Dusche Kirschblüte. Es riecht unheimlich gut. Und ich liebe diesen Geruch einfach auf der Haut. Dieses cremige Gefühl und dann diese Kirschblüte. Das riecht einfach so lecker. Und es ist auch nur noch so viel drin. Und ich hoffe, dass ich das diese Woche, wie gesagt, noch alle kriege. Und ja, habe ich geliebt diesen Monat. Und was ich liebe, brauche ich auch. Weiterer immer noch Top ist meine Tagescreme Terra Naturi Rose Mandel. Benutze ich immer noch gerne. Ist unheimlich ergiebig und benutze ich bestimmt schon zwei Monate oder so. Bestimmt, auf alle Fälle. Die ist unheimlich pflegend, reichhaltig und nicht zu reichhaltig. Sie macht ein schönes Gefühl auf der Haut. Dient wunderbar als Make-up-Grundlage. Und bin ich einfach nur zufrieden mit. Wieder entdeckt für mich habe ich das Veleda Sensibler Haut Mandel Wohltuendes Gesichtsöl. Das ist nicht ganz so fetten wie das von Dr. Hauschke. Weil ich dieses leicht pflegende Gefühl durch meine Akne-Produkte sozusagen die Haut extrem austrockne. Ist so ein bisschen Pflege hinterher gar nicht mal so übel. Und es ist auch Naturkosmetik. Ist unparfümiert. Und wenn man davon nur ein paar Tröpfchen nimmt und so. Und dann hat die Haut wieder genügend Feuchtigkeit. Dann ist auch das top. Ist ein bisschen teurer. Ist aber unheimlich ergiebig. Wie gesagt, ich habe das schon seit letztem Jahr. Und da ist noch so viel drin. Also das wird und wird nicht alle. Und deswegen absoluter Top von mir. Ach, dieses T-Shirt. So. Das muss ich ein bisschen ordnen. Weiterhin immer top ist auf jeden Fall der Dior Puder und Foundation Pinsel. Verwende ich jedes Mal für meinen Puder. Und ich habe ihn erst wieder gewaschen jetzt am Freitag. Und heute wieder verwendet. Und ja, ich liebe ihn. Er ist nach dem Waschen unheimlich weich. Verliert wenig Haare. Hat aber trotzdem genügend Widerstand. Und tut den Puder nicht nur perfekt stippeln und halt eben so auftragen. Sondern auch gleichzeitig noch richtig gut verwendet. So, dass man nicht maskiert aussieht. Und das ist einfach nur ein absoluter Produkt. Für Foundation habe ich ihn noch nie ausprobiert. Weil ich Foundation immer noch mit der Hand auch trage. Nein, da hat sich noch nichts geändert. Und ja, ich liebe es einfach. Gut. Und was ich auch toll fand von Dior, das ist so ein Brushcard mit gleich dabei. Und so eine Höhe. Und das finde ich richtig toll. Da bleibt er auch immer schön in seiner Form. Das möchte auch für den Preis von über 30 Euro sein. Aber es gibt auch im Drogeriebereich Superpinsel, wie ich absolut nur weiterempfehlen kann. Zum Beispiel den Ebelin Puderpinsel. Der ist super schön und weich. Oder zum Beispiel, ich muss jetzt mal gucken. Diesen Monat heißt und ähnlich auch geliebt wieder meinen Art Deco Lidschattenpinsel. Und auch geliebt den Müller Verblenderpinsel. Eine günstige Alternative zum Verblenden. Und richtig, richtig toll. Ich mag den echt gerne. Und der verblendet einfach so, wie man Verblenden gerne haben möchte. Und deswegen top. Weiteres Top diesen Monat ist für mich auf jeden Fall dieser Puderpinsel. Rougepinsel von Essence. Den gibt es, glaube ich, noch. Und der trägt echt schön präzise und richtig auch schön stark. Pigmentierte Rouge trägt der schön leicht und verblendet direkt auf. Und ich finde das Ergebnis, was er macht, richtig schön. Und den verwende ich zurzeit nur noch. Und habe momentan den anderen, den es vorher gegeben hat, ein bisschen abgelöst. Weil ich den momentan von der Weichheit her und eben, wie er sich aufträgt, einfach ein bisschen schöner finde. Aber auch ein Top des Monats. Und richtig, richtig günstig. Okay, der Art Deco vielleicht nicht, aber die beiden sind richtig günstig. Und sind richtig gute Pinsel. Genauso wie der Smoky Eye Blenderpinsel aus dem Essence Sortiment kann ich auch nur empfehlen. Er melendet zwar nicht direkt, aber er ist sehr gut für diese Banane geeignet. Und zum Aushaufen des Hinschattens. Und dafür, warum soll man sich was Teures kaufen, wenn man ungefähr denselben Effekt auch mit günstigem Produkten erzielen kann. Und es gibt ja viele von uns, die nur ein geringes Taschengeld im Monat haben. Und da muss man einfach günstigere Alternativen finden. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir hat das ja auch so angefangen. So. Auch absolutes Top-Produkt diesen Monat ist der Essence Eyebrow Gel. Gel? Gel? Fixiert die Wimpern. Ähm, Wimpern. Fixiert die Augenbrauen, hält sie da den ganzen Tag, wo sie ist. Zusammen mit meinem Catrice. Augenbrauenstift in Braun. Mit so einem Smudge habe ich euch schon super oft gezeigt. Wird langsam auch kürzer, weil ich es immer wieder anspitzen muss. Ähm, super toll zusammen und, ähm, sieht natürlich aus. Und, ähm, ja, ich liebe die Dinger. Auch Top des Monats, wie immer, die Lashes to Kill Catrice. Ähm, die normale. Ich habe mir ja, wie gesagt, in meinem letzten Raubzug, ähm, die Ultra Black gekauft. Ich werde die noch testen. Aber ich liebe sie einfach. Und sie macht so ein schönes Ergebnis. Und mit Wimpernzahme zusammen ist die King. Und deswegen, ja, günstiges Produkt, mit dem ich echt zufrieden will. Ihr liebt, habe ich auch meinen, ähm, Dr. Hauschka Kajal in Braun diesen Monat. Diesen Monat habe ich die übelste Obsession, ähm, so sieht der aus, ähm, mit der Wasserlinie. Ich mache unheimlich viel zur Zeit mit meiner Wasserlinie. Effekte oder andere Lidschatten oder andere Farben. Ihr seht das heute auch zu meinem Look gleich etwas genauer. Ähm, und deswegen, ähm, ich bin zwar immer noch nicht so der Lidstrich-Fan, aber so die Wasserlinie habe ich mittlerweile schon so in Gefangenschaft genommen, ja. So, ähm, Highlight diesen Monat. Ähm, mag ich sehr gerne wieder. Viele haben ja auch dieses Produkt letztes Jahr gemeckert. Ich fand es toll, weil es schön dezent ist. Und ich mag die exzente Highlighter. Ich mag das nicht so, ähm, Specksparten. Bam! Sondern, ähm, Essence Return to Paradise Schimmerpuder. So à la Benefit-Verpackung, ne. Ähm, ich mag es wieder super gerne. Es hat so einen leichten Rosé, ich habe das euch schon geswatcht, hat so einen leichten Rosé-Schimmer. Ist ganz dezent, habe ich heute auch drauf. Ihr seht das. Das sieht, ähm, super, ähm, dezent aus. Nicht zu viel. Und ich mag den sehr gerne als Highlighter. Highlighter unter den Augenbrauen habe ich heute aus der Fairytale ME. Ehm, diesen glitzernden, weil ich heute mal ein bisschen bänen wollte. 0,1 Pixydust. Na, du das erkennen? Ja, ich glaube schon. So große Schriften fokussiert die Kamera immer. Total seltsam. Hm, naja. Muss ich mir doch irgendwann nochmal eine mit Autosunne zulegen. Naja, es kommt. Nicht in nächster Zeit. So, das ist so ein bisschen glitzernd. Und das habe ich heute mit die Augenbrauen gegeben. Ist auch ein Favorites Monat, so für Effekte auf dem Auge, im Innenwinkel oder so. Ja, auf jeden Fall. Abschminkroutine diesen Monat. Immer noch Favorit. Ich werde es noch aufbrauchen. Ich werde noch heute einen Haul hochladen. Da habe ich etwas Neues gefunden, was ich hoffentlich lieben werde. Auf Empfehlung gekauft. Ähm, dieses BB Young Care Reinigung, smooth, sanfte 3 in 1 für alle Hauttypen. Super klasse. Wenn man schüttelt, ergibt es so eine, ähm, wie so eine Spülkonsistent. Das macht man dann hier oben mit so einem Pump dann halt eben raus. Auf dem Wattepad und dann reinige ich das Gesicht nach den Tüchern damit nochmal nach. Ja, und dann dürfte eigentlich nichts übrig bleiben. Ist schon mal eine zweite Buddel. Kann ich echt empfehlen. Guter Preis. Gut hautverträglich. Also, ähm, kann ich nicht meckern. Äh, was habe ich denn noch? Ja. Favorit diesen Monat auch BB Young Care Feel Good Fresh. Wenn ich gebadet habe, creme ich mich ja immer auch nochmal ein. Ähm, benutze ich die BB Happy Body Notion für normale Haut mit dem sonnigen Duft von Melone. Die ist echt lecker. Da sind 400ml drin. Und die riecht wirklich wie dieses Deodorant und dieses Duschgel. Einfach nach diesem Limonengeruch. Melonengeruch. Das ist einfach pur dieser Melonengeruch. Riecht extrem gut. Kann ich echt empfehlen. Duft hält relativ lange. Nicht so lange wie das von Dr. Hauschka, aber okay. Und es pflegt auch echt schön und macht die Haut geschmeidig. Also kann ich echt empfehlen. Äh, was habe ich noch? Monatsfavorit, äh, BB Soft Deo Balsam für empfindliche und rasierte Haut ohne Alkohol. Neutraler Geruch. Sehr, sehr gut. Mag ich immer zum Nachsprühen. Über den Tag verteilt. Äh, habe ich noch. Irgendwas, ähm, Art Deco Eyeshadow Base. Ähm, ganz, ganz wichtig für mich. Und, ähm, ja. Mein absoluter Top-Favorit. Wir mussten uns am Anfang erst ein bisschen miteinander anfreunden. Und was ich nie gedacht hatte, Rival de Loup Natural Touch Concealer in, glaube ich, der hellsten Farbe 01. Äh, diesen Monat absoluter Top-Favorit. Ich habe ihn erst als schlecht erachtet, weil ich dachte, er wäre zu cremig, aber er ist absolut mein Favorit diesen Monat geworden. Und hat den Maybelline ja da locker abgelöst. Also er macht das selbe Ergebnis und hält das ganz gut über Tag. Natürlich nicht ewig, aber trotzdem so, wie ich das gerne von einem Concealer möchte. Ja. Und ist natürlich heller als meine Foundation. Auch, was ich nicht gedacht hätte, diesen Monat wieder sehr, sehr gerne verwendet. Ähm, die Max Factor bei Ellen Petrix Soft Resistant Makeup in Light 1. Ähm, weil ich jetzt im Sommer einfach ein bisschen Pfirsichfarbener bin. Also nicht ganz hell. Und, ähm, wenn man die gut schüttelt und gut verblendet, sie macht dann, sie dunkel zwar ein bisschen nach, aber das passt momentan zu meinem Hautton ganz gut, weil er nicht ganz so hell ist und so käsig. Und deswegen passt die wieder ganz gut. Positiver Vorteil davon ist, die Bobby Brown Foundation wird nicht so schnell alle. Und ich will ja nicht wieder sofort eine Foundation kaufen für 36 Euro. Also von daher ist das toll, dass ich mich momentan mal wieder einer anderen Foundation zuwende. Und die kann ich auch echt empfehlen. Die habe ich zehn Jahre verwendet. Das ist ungefähr die hellste Farbe, glaube ich, die man im Drogerie-Bereich bekommen kann, die relativ passend ist für helle Hauttüten. Und, ähm, ich finde die richtig gut. Immer noch. Obwohl sie nicht perfekt ist, aber nur eine mittlere Deckkraft hat. Ich finde sie schon klasse. Also dieses T-Shirt heute, das nervt mich. Furchtbar. Mein Gott. Ja, okay, ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, Bruno Banani, ähm, Magic Woman. Diesen Monat ganz, ganz oft, ähm, benutzt. Es riecht für mich total nach Urlaub. Habe ich heute auch wieder drauf. Es riecht so schön, dezent, so, 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 sommerlich irgendwie. Ja, ich bin dieses Jahr schon im Sommer angekommen. Ich habe dieses Jahr den totalen Farbwahnsinn. So farbverrückt war ich letztes Jahr nicht. Also deswegen, äh, ich glaube, da ist YouTube auch ein bisschen Schuld dran, dass man einfach mehr ausprobiert und mehr aus seinem Typ macht und mehr verschiedene Dinge testet und so. Ja, das ist einfach eine tolle Geschichte. So, ähm, habe ich noch irgendwelche Favoriten? Ähm, ja. Und zwar zu den Psyos-Sachen. Ich habe sie ja jetzt guten Monat getestet. Glaube ich zumindest. Also gut, fast den ganzen Monat. Und ich muss sagen, das ist teilweise ein Flop und teilweise ein Top. Also, was ich auf jeden Fall sagen muss, ich verwende sie weiter und es ist auf jeden Fall für mich eine absolute Kaufempfehlung für Leute, die ihre Haare mehr als einmal die Woche waschen. Ähm, weil diese Haare, diese Haare, diese Produkte einfach bei mir etwas schneller die Haare nachfetten lassen. Also es ist nicht ganz so reinigend und langanhaltend intensiv wie halt eben das Herbal Essences zum Beispiel für fettige Haare. Aber als Fazit mit der Spülung dazu finde ich den Geruch hier schon mal sehr angenehm. Die Konsistenz ist gut. Also ich habe hier sowieso nicht so viele Haare. Ich brauche davon nicht so viel. Das heißt, es wird bei mir relativ lange halten, auch die Spülung. Und weil ich das nur hier unten einarbeite. Und ich muss dazu sagen, die sind so gut, dass sie halt einfach, wenn man die Haare Luft trocknen lässt oder föhnt, einfach ein perfektes Ergebnis mit den Haaren machen und die Haare schön weich machen. Sie gut lange riechen. Und ja, für den Tag, eins, zwei Tage sind sie einfach so, wie ich mir die Haare wünsche, einfach perfekt. Eins ist, dann macht er es halt eben so nach dem zweiten Tag später, fetten sie bei mir dann extrem schneller nach. Das ist halt eben ein bisschen blöd. Das ist anders als bei dem Hörbel Essens. Da kann ich mal drei Tage keine Haare waschen und dann muss ich wieder. Aber ich habe sowieso schnell fettende Haare. Aber so für den Effekt, den die beiden machen einfach. Ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen mehr Volumen am Ansatz habe ich schon. Ich kann meine Haare schöner aufbauen. Ich kriege auch leichte Naturlocken, leicht voluminöse, so wie ich das auch heute habe. Und das gefällt mir ganz gut, dass ich die auf jeden Fall zu Ende aufbrauchen werde und mir überlege, die nachzukaufen. Sehr, sehr schönes Produkt. Also von mir gibt es dafür, für Leute, die halt eben jetzt, was weiß ich, nicht so schnell nachfettende Haare haben. Es ist ja auch eigentlich eher für feines, kraftloses Haar. Und sie möchten ein bisschen rum. Ist es eine gute Sache. Aber ihr müsst halt eben eure Haare regelmäßig mehrmals als einmal die Woche waschen. Also da müsst ihr schon dahinter her sein. Ich bin ja sowieso ein Mensch, der seine Haare alle zwei Tage wäscht. Mir macht das nichts aus. Und deswegen finde ich das frisch gewaschene Haare-Gefühl einfach toll. Also ein Top. Weiter habe ich ja auch gekauft, dieses Pura Med Waschlotion schon. Zartes Hautgefühl, pH-Wert 5,5. Ich habe es jetzt ausgetestet. Und der Geruch ist bewöhnungsbedürftig, aber in Ordnung. Es steht aber nicht direkt drauf, dass es ein Anti-Pickel-Produkt ist. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Produkt für jedermann, der so, also für Haut, die jetzt nicht direkt Akne hat wie ich. Ich habe ja manchmal so diese Akne-Schübe. Ähm, ich brauche das, ähm, ich benutze das, wenn meine Haut recht gut ist. Also, ähm, für Leute, die ölige Haut haben und, äh, sie wollen diesen Talg-Glanz vom Gesicht runternehmen, aber wollen es, ähm, schonend die Haut dabei, also die Haut dabei schonen und es nicht ganz so mit Chemie, Chemie zuklatschen. Dann ist das eine richtig gute Sache, weil es eine richtig gute Waschlotion ist, die leicht schäumt, das Gesicht gut einschäumt, gut abnehmbar ist und den Talg-Glanz auch wirklich richtig gut runternimmt. Nicht zu viel. Und man hat danach auch kein angespanntes Gefühl im Gesicht. Also, es ist eigentlich für 89 Cent, für 500 Milliliter und für das, was es letztendlich verspricht, ja, für die tägliche Pflege, für Kopf, Haut, ja, Haar, ist es eigentlich eine schöne, milde Sache, muss ich wirklich sagen. Und es schützt die Haut auch. Und diese milde Pflege in Kombination jetzt zum Beispiel mit dem La Roche-Posay-Gesichtsreiniger, zu dem ich gleich komme, wir beide sind Freunde geworden. Ich habe ihn schon fast zur Hälfte aufgebraucht. Er trocknet die restlichen Stellen dann einfach noch aus, hat so einen leicht mentholhaltigen Geruch, was ich aber sehr angenehm finde. Er brennt nicht auf der Haut, er macht ein frisches Gefühl. Das Einzige, was man halt eben danach dann hat, dass die Haut so leicht angespannt wird. An einigen Stellen, wo man halt eben noch so kleine Pickelchen hat oder so, wird die Haut leicht angespannt. Das heißt, es trocknet so ein bisschen dann aus, weil es natürlich an zu akne-neigender Haut getestet wurde. Aber ich kaufe mir dieses Produkt auf jeden Fall nach. Hier sind 200 Milliliter enthalten. Einzester Nachteil ist, 10 Euro ist für ein Gesichtswasser nicht gerade wenig. Und deswegen, aber ich kann, finde auch mit dem Pumpspender hier oben, man kann das Produkt sparsam verwenden. Man verwendet niemals zu viel. Und ja, man kann das richtig gut dosieren. Und ich denke mal, ich werde damit noch über den ganzen Monat kommen. Das heißt, es ist einfach ein Top-Reinigungsprodukt für Leute, die Akne haben oder zu Akne neigen. Und so stärkere Pickelchen mal hier und da kriegen. Es ist einfach, es hält meine Haut im Griff. Und das ist ja unbedingt das, was ich möchte von einem Reinigungsprodukt, auch wenn ich dafür etwas mehr ausgeben muss. Aber es gibt sicherlich auch gute, günstige Gesichtsreiniger für Leute, die nicht so viele Probleme haben. Und das hier kann ich auf jeden Fall wenden, also empfehlen. Ich würde es auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen. Ja, wenn meine Haut etwas besser ist, werde ich es wieder verwenden momentan. Komme ich gleich zum nächsten Produkt. Verwende ich ja das La Roche-Posay. Schäumendes Reinigungsgel für fettige und empfindliche Haut. Ich habe ja gesagt, ich würde es erst verwenden, wenn ich das andere aufgebraucht habe. Fakt ist aber, ich habe jetzt wieder vor zwei Wochen oder so, oder nicht vor zwei Wochen, jetzt relativ vor ein paar Tagen einen Attengeschub gekriegt. Und meine Haut geht es einfach etwas schlechter. Und habe gedacht, probierst du das mal aus, ob es wirklich seine Wirkung hält. Und testest es einfach mal über eine Woche. Und Fazit ist einfach, es riecht sehr neutral, genauso wie das Gesichtswasser. Ja, der Geruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kenne den irgendwoher von irgendeinem Reinigungsprodukt. Das erinnert mich daran. Es schäumt nicht so sehr. Man kann es zwar stark aufschäumen, aber der Schaum ist ganz, ganz fein. Und es ist sehr sanft zur Haut, aber es trocknet die Haut schon extrem raus. Also für stark trockene Haut würde ich dieses Produkt nicht empfehlen, weil es sehr, sehr stark austrocknet. Und auch in der Kombination mit dem Gesichtswasser, man danach schon ein angespanntes Gefühl und ein Kribbeln an der Haut schon so spürt. Also man spürt, es passiert irgendwas. Das Gesichtswasser zum Beispiel mit diesem Purameen zusammen ist nicht ganz so krass. Ich finde es aber trotzdem gut, weil ich als öliger Hauttyp, ich liebe das, wenn mein Talg morgens und abends runtergenommen wird und wenn meine Haut einfach das Gefühl, rein, es ist jetzt nichts mehr drauf, es ist einfach rein. Und ja, ich finde es toll. Es hat meine Haut wieder in Schuss gebracht. Wie gesagt, vor einer Woche hatte ich wieder so einen Deftchen Schub gehabt. Und das habe ich immer mal wieder. Das kommt halt eben auf meine Lage drauf an. Manchmal hat es auch was mit der Psyche zu tun. Meine Hautärztin hat auch gesagt, Psyche und Haut spielen ganz engem Einklang miteinander. Sobald man Stress hat, kriegt man Pickel. Das ist ja nicht umsonst, dass es diese Stresspickelchen gibt oder falls man irgendwelche Probleme hat oder so. Ja, und damit habe ich es einfach jetzt wieder in den Griff gekriegt. Verwende das jetzt in Kombination mit dem Gesichtswasser und bin zufrieden. Nachteil auch hier daran ist, 200 Milliliter genauso wie das Gesichtswasser kostet aber leider 11 Euro. Man muss das halt eben, ihr müsst das für euch selbst entscheiden, was für euch in Ordnung ist und was nicht, wie viel ihr für eure Pflege ausgeben wollt. Ich habe einfach nach langen Jahren entschieden, nach immer wieder Discounterware testen oder halt eben Drogerie, dass ich einfach mehr möchte für meine Haut und dann wurde es dann auch leicht besser. Aber ich kann auch sehr diese etwas billigeren Sachen empfehlen. Die sind teilweise manchmal sogar besser als zu teure Produkte. Also es ist hier und da immer ein Vorteil und ein Nachteil. Ihr müsst das einfach selbst austesten und für eure Haut entscheiden. Und ihr kennt eure Haut selbst am besten und wisst, was ihr gut tut. Und danach müsst ihr dann handeln. So handle jetzt erstmal nur ich. Ich wollte euch dann nur ein paar Tipps geben, nur damit ihr Bescheid wisst, wie mein letztendliches Fazit dazu ist. Ich mache jetzt natürlich noch einen Langzeittest. Und wenn sich da irgendwas verändern sollte, wie was ich jetzt gesagt habe, dann werde ich euch darüber berichten und es euch mitteilen. Gut, dann möchte ich natürlich heute noch, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, Lieblingsfilm diesem Monat, das letzte Einmal. Ich habe eine totale Macke auch mit dem Soundtrack und dem Lied. Und generell, ich liebe momentan epische Soundtracks. Sowas wie Der Mann in der Eisernen Maske, Gladiator. Hört euch mal das Remember Me von Troja, den Soundtrack an. Alles in meinem Kanal unter den Favoriten. Da könnt ihr dann immer so erkennen, was für meine Lieblingslieder momentan sind. Das sind auf jeden Fall von mir auch Tops dieses Monats. Auf jeden Fall. Und dieser Film halt. Und was auch ein Top dieses Monats ist, ist Wasser mit Kohlensäure, weil ich einfach keinen Bock hatte auf heiße Getränke. Und dann wird es Weingummis, eisgekühlt aus dem Kühlschrank. Ich liebe sie. Abends oder so. Das schmeckt einfach so unnachahmlich toll und lecker. Und ihr müsst ihn mal testen. Die gibt es bei uns im Netto im Angebot immer mal wieder. Ja, ansonsten habe ich noch irgendeinen Favorit. Gucken, wo ich irgendwas vergessen habe. Ja, Favorit diesen Monats ist auch noch dieser Gel-Eylander von Essence. Ich weiß nicht, ob es den bei euch noch gibt. Der 03 BBC All Night Blue. Der ist wirklich klasse. Ich habe den heute auch auf der Wasserninie. Da komme ich gleich zu meinem Face of the Day. Das mache ich gleich mit dazu. Ich habe heute mal etwas ausprobiert. Ich zoome euch mal näher ran. Ja, also ich habe heute praktisch wieder mit dem Dr. Hauschka Weiß Auge neutralisiert. Dann habe ich mit dem 42 Mystic Purple habe ich das komplette bewegliche Lid bedeckt. Sieht so aus. Hat so einen schönen, leichten Schimmer. Und dann habe ich in der Lidfalte, also hier, habe ich ein wenig aus der Karamelle Ehe die C02 Peacock Blue in Lidfalte gegeben. Dieses schöne Petrol. Was aber sehr kräftig war. Das musste ich gut verblenden. Dann habe ich von der Urock die Lidschattenpalette mit diesem minzfarbenen Ton im Innenwinkel gepackt. Also hier praktisch so. Und nach außen schön verblendet und habe das kombiniert. Und dann habe ich diesen anthrazitfarbenen und diesen dunklen Ton miteinander gemixt und praktisch auch noch in die Lidfalte gegeben, um das Ganze noch so ein bisschen dunkler zu machen, Tiefe zu geben und noch ein bisschen auszurauchen, weil mir dieses Petrol ein bisschen zu hell war. Gut. Und dann habe ich halt eben mit dem Weiß von Dr. Hauschka wieder verblendet. Mit meinem Müller-Pinsel sozusagen. Und habe auf die Wasserlinie den BBC All Night Blue gepackt. Mit dem angeschreckten Lidschatten, mit dem angeschreckten Pinsel von Essence auch. Das klappt ganz gut. Ich darf ihn nur vorher nicht so anfeuchten. Und das ist praktisch das Ergebnis. Mal für meine Verhältnisse etwas kräftiger. Ich habe ja gestern mich noch mit der X-Pinkie unterhalten. Und da haben wir uns über kräftige Looks unterhalten. Unterhalten, unterhalten. Und bis frühs zwei Uhr. Und ja, da habe ich einfach entschieden, jetzt testest du mal was aus. Du bist jetzt angefixt. So, auf dem Wann trage ich das Defining Duo Blush 010 Raspberry Ice Cream. In diesen wunderschönen Farben. Ist echt von der Pigmentierung her genau richtig. Man kann es schön schichten und auftragen. Und darüber, wie gesagt, das Return to Paradise Essence Schimmerpuder. Das es leider nicht mehr gibt. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich hoffe, sie bringen dieses Jahr im Sommer von Essence vielleicht auch so etwas Ähnliches raus. Das würde mich total freuen. Dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Und was ich auf den Augen ist. Klar, wie immer, meine Catrice Lashes do care. Und Gel-Eye-Line auf dem Auge ist ganz gut. Aber man muss halt eben aufpassen, dass man es nicht so ein bisschen ins Auge kriegt. Man hat dann schon vielleicht manchmal ein drängendes Auge. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich finde so für meinen ersten Versuch, dass es ganz schön geworden ist. Und im Sommer würde ich dann nur das auf der Wasserlinie tragen. Und ein bisschen Mascara und ein bisschen kräftigeren. Und ja, das ist praktisch der Look. Haare ein bisschen voluminöser heute. Und ja, dieses T-Shirt, was mich zum Wahnsinn treibt. So ein bisschen so eine leichte Dürnbelbluse oder wie man das nennt. So eine Rosenkette. Ich kann euch nochmal ran suchen. Hätte ich gar nicht machen müssen. Und diesen Monat auch ein Top-Favorit von mir ist Ohrringe oder Stecker in verschiedenen Formen und Farben. Und auf der einen Seite unterschiedlich. Also praktisch auf der einen Seite so und auf der anderen Seite wieder ganz anders. Und das dann so hier, so in passend zum Look und dann auf der anderen Seite praktisch schwarz. Und so habe ich das in verschiedenen Formen. Auf der einen Seite so ein Karoherz und auf der anderen Seite eine Perle oder so. Ich liebe das, wie ihr das in meinem Contest-Beitrag für die liebe Beauty-Mädchen schon gesehen habt. Ich liebe das total. So ein bisschen so was Verspieltes. Irgendwie so ein Trend. Ich werfe damit so einen leichten Trend momentan. Irgendwie was nicht so alltäglich ist oder so. Keine Ahnung. Also vor Jahren gab es auch mal den Trend nur einen Ohrring im Ohr. So das fand ich doof. Aber halt eben so verschiedene Formen und so. Ja. Das liebte ich diesen Monat auch. Richtig doll. So. Jetzt dürfte ich eigentlich alles haben. Ach ja. Wegwerfttücher. Feuchttücher sind diesen Monat auch noch. Sind wahrscheinlich auch mein Allzeit-Lang-Favorit. Nach dem Waschen so ein Tuch nehmen und dann das Tuch sofort wegschmeißen. Um halt eben antibakteriell auf seinem Gesicht vorwirken zu können. Seitdem ist meine Haut auch besser geworden. Weil ich nicht immer denselben Waschlapp oder dasselbe Handtuch verwendet. Und man die Bakterien dann da so reinwischt. Und deswegen benutze ich immer diese Wegwerfttücher. Und nehme dann damit nach dem Waschen praktisch die Nässe wieder ab. Und das ist echt super. Und das ist auch ein Favorit gewesen. Auf jeden Fall. Damit fühlt man sich auf jeden Fall frischer und reiner. Ja. Und ansonsten ist nur noch auf den Nägeln. Dann habe ich meinen Iron Mermaid von Catrice. Der ist leider schon wieder abweilig. Den ich seit Donnerstag schon drauf habe. Und das ist auch ein Favorit von mir. Also so schimmert der grün und so schimmert er blau. Und so asphaltmäßig. Ich wollte zeigen, wie der aussieht. Der sieht richtig geil aus. Also entschuldige für das Wort. Aber es ist einfach so. Und ja. Ich liebe ihn. Den Iron Mermaid von Catrice. Das ist eine richtig besondere Farbe. Und so eine richtige Asphaltfarbe. Was ganz Besonderes. Er deckt zwar nicht in einer Schicht, sondern erst in zwei. Aber klasse Farbe. Und ich würde ihn immer wieder kaufen. Ach so. Und auf den Lippen trage ich aus der Irven Baroque LE C01 Marie Antoinette. Das ist diese Peachfarbe, die mir leider abgebrochen ist. Da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein im Auftrag. Und die trage ich heute auf den Lippen und darüber eigentlich gar nichts sonst. Sonst mein Max Factor Ellen Beatrix Sub-Resistant Make-up. Sub-Resistant Make-up. Och, ist der Name. Und halt eben Concealer ist klar. Und halt eben Chanel-Puder. Und ja. Alles andere wisst ihr ja. So. Dann mache ich jetzt mit diesem Video Schluss. Wir sind jetzt schon wieder bei 33 Minuten. Echt langes Favoriten-Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es kommt gleich noch mehr von mir. Und ja. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und genießt das schöne Wetter. Und jetzt wird es langsam warm. Und vielleicht bin ich dieses Mal nicht ganz im Sommer vor wie letztes Jahr. Und gehe mal ein bisschen mehr raus. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Jahr extrem viel Spaß an Farben. Und ich werde sicherlich dieses Jahr noch ganz, ganz viel ausprobieren. Und das verdanke ich nicht zuletzt YouTube, dass man auf so tolle kreative Ideen kommt. Okay. Also. Dann bis bald, ihr Lieben. Und je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.